Hallo und willkommen zurück bei Star Wars Outlaws. Wir sind heute dabei, das erste Mal mit unserem Schiff wieder abheben zu können. Mittlerweile ist es ja in unseren Besitz übergegangen. Wundert mich zwar ein bisschen, dass die ihr Schiff nicht suchen, was wir gestohlen hatten, aber okay. Na dann, gehen wir mal ins Cockpit und dann heben wir ab. Ja, passt gar nicht so zum Rest der Crew, ne? Ja, das reicht mir. Anders haben die das beim Mond auch nicht gemacht, als sie da hinwollten. Und dann, go. Verschwinden wir von hier. Ach, ich kann selber steuern? Ja, ich kann das selber so ein bisschen steuern. Ach, lol. No fucking way. Okay, das sieht ja geil aus. Okay, die Koordinaten kommen rein. Hab sie. Immer sachte mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Schiff. Klar, ich... hab's kapiert. Elera, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana? Also gewürzt? Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. Okay. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge. Das Schiff kommt mit allem zurecht. Ach, klar. Das sieht aber wirklich schön aus. Gut, wenn man mal von dem Schrott absieht, aber genau das macht's ja gerade so ein bisschen... Ich hab einen Wrackhaufen entdeckt. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Okay, dann machen wir das erstmal. Neue Schatzpositionen, Wracksammlung. Drei Schätze. Okay. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Warte mal. Geh dran, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie dürfen nicht die Ladung treffen. Ich weiß, Wacka. Wir müssen kämpfen. Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen. Beschützt die Bahnbrecher. Okay, da muss ich mal gleich was nachschauen. Da ist gerade eine Sache, die macht mich mega... Die schießen auf uns. Das ist unser Glückstag. Zwei Schiffe zum Ausschlag. Doch mehr? Doch, warum schon? Wir wollten das zuerst spielen. Echt? Das mit dem Schießen ist mega blöd. Ich erkläre euch gleich warum. Wer das Spiel selber nicht spielt. So, pass auf, Wacka. Jetzt ist der andere dran. Das ist ja, als ob wir auf die Idee gekommen sind. So, okay, pass auf. Nicht echt geschmeidig. Nicht wahr? Geht schon. Also, holen wir jetzt den Rest der Fracht. So, wisst ihr, was das Schiff macht, wenn ich schieße? Pass auf, ich drücke jetzt. R2 zum Schießen. In dem Fall ist es so, es schießt so lange, bis ich nochmal R2 drücke. Also, eigentlich bin ich es ja gewohnt, wenn ich irgendwo schieße, dass ich die Taste gedrückt halte. Und wenn ich so lange gedrückt halte, schießt der. Hier ist es so, ich muss nochmal drücken, um es zu deaktivieren. Sonst macht der Dauerschuss. Okay, das hat mich gerade kurz komplett verwirrt und ich wusste gar nicht, was hier los ist. Und sie mit dem Fangstrahl und dann nichts wie weg von mir. Aber gut zu wissen. Das kann ich, vielleicht kann ich das umstellen in den Optionen. Da schaue ich danach der Folge mal nach. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Jetzt habe ich mich kurz dran gewöhnt, dann geht er schon. Aber das war für einen Moment, da dachte ich, seit wann gibt es denn sowas? So, gesucht Status aufheben, keine Ahnung. Wo ist der Fangstrahl? Ja. Ah, perfekt. Ach, jetzt kann ich auch anziehen. Ich, ähm, gebe die Koordinaten der Raumstation ein. Hm, das wird schon. Das wird schon. Da stellt auch vorhin irgendwas noch bei, als ich gekämpft habe, aber da konnte ich es nicht lesen, weil ich mich um Kampf konzentriert hatte. Irgendwas mit L und R1. Passiert nichts, wenn ich die Tasten drücke? Okay, das ist immer das Problem, wenn man im Kämpfen, im, irgendwas, irgendwo ein Text erscheint und man macht gerade was ganz anderes, das ist vierecklich. Also, da wollen wir einbrechen. Ja, mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. Besser ist das. Ist die unten ein Triebwerk oder ist das die Einflugschneise? Warte mal, das möchte ich mir mal anschauen. Okay, sie schaltet automatisch die Ziele auf. Oh! Ah, tatsächlich, guck mal. Ja, ja, ja. Ich kann nicht zurückkehren. Nein, jetzt hat er uns automatisch. Oh Gott, nein. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte doch nur mal gucken. Ah, das hasse ich aber wie die Pest. Wenn man einen Questbereich hat und den man verlässt, dann hast du 10 Sekunden Zeit. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich wollte mich gar nicht da... Nein, okay. So, nochmal. Entschuldigt. Frachter, Sie befinden sich in nicht-automisierten Bogen. Drehen Sie um oder wir feuern. Negativ, negativ. Unser Frachter der Darius-G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für Ihre, äh, Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der T-Escorte zu Andock-Buch 3 zur Inspektion. Inspektion? Äh, zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Sie Lehrer? Sind das nicht, äh, TIE-Fighter oder so? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Thornton Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Thornton glaubt, Sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Ach, warum hab ich das Gefühl, dass Ihr Lehrer uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut. Und sie hat sich, dass Ihr Lehrer uns benutzt, dass Ihr Lehrer uns benutzt. Da müssen wir uns gleich erst mal rechtfertigen vor den Leuten, die da gerade ankamen. Also, Kisten mit Sansana. Wir haben Kisten mit Sansana auf einer imperialen Raumstation. Super! Okay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also, ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleiche mich zur Hintertür raus. Na gut. Ihr hattet ja vorhin gesagt, ich soll den T-Fightern folgen. Aber das ist ein TIE-Fighter, oder? Wollte ich nochmal kurz ansprechen. Ach, hier unser Kleider. Der ist hier an seinen eigenen Parkplatz. So. Das ist das Zeug, was wir schon mitgenommen hatten. Ich dachte, da hinten ging es raus, aber... Das tut mir leid, ich muss gerade mal gucken. Wie komme ich denn aus unserem Schiff raus? Hier, oder? Bin ich bekloppt? Ja, ich komme doch. Die sind... Ich bin doch... Ach, hier. Ach nee, das war die Toilette. Hä? What? Warte mal. Wir waren ja schon mal auf dem Raumschiff. Spult ruhig vor. Ein, zwei Minuten, dann habe ich es. Das ist die Toilette. Ich dachte, ich komme hier hinten halt raus aus dem Frachtraum. Aber hier ging es doch nicht raus, oder? Ach, hier! Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Wir schleichen uns raus und suchen einen Grundriss. Ach, okay. Alles klar. Der nächste Auftrag wird besser. Ah ja, stimmt. Wir sollten uns hier rausschleichen. Ja, sorry. Da habe ich kurz verpeilt. Können wir was klauen? Hey, hol's dir. Sehr gut. Schmeiß doch mal einer das Ungeziefer raus. Aber hier auch cool, ne? Guck mal, was hier alles so los ist. In die Tasche nix. Ganz Leute, die hier rumstehen und rumrennen und ihr Werk verrichten. Haufen Schiffe, Haufen Kisten. Danke. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Wir nehmen alles mit nix, wenn wir schon mal hier sind. Oh, da hinten ist eine kleine Kiste. Was ist das denn für ein Tierchen? Wegen sagst du das? Denkt daran, die Pikes sind nicht unsere Gäste. Also fühlt euch nicht verpflichtet, sie so zu behandeln. Okay. Gott. Ionzelle. Viermal. Können ich ja alle beklauen? Wollt ihr das Torten davon erfährt? Gorab? Nein? Dann los, beeilt euch. Aber jemand müsste mich bald mal ablösen. Okay. Wir müssen da hinten hin. Ah ja, Wacker lenkt die gerade ab. Ach so, hier. Ja, auch nicht schlecht. Oh. Sehen Sie das? Das ist eine verstärkte Dura-Stahl-Panzerung. Und die Deflektor-Schilde? Die reflektieren. Sie verstehen schon, oder? Ja. Also wegen der Referung. Es ist leichter, wenn ich es Ihnen zeige. Kommen Sie rein. Weiß jemand, was das war? Sehen Sie diese Läden? Warum kann ich nicht mit Torden persönlich sprechen? Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eil-Zertifizierung. Oh. Nein. Sie wissen, wie das läuft. Ah. Ich finde eine Konsole mit Informationen zum Datentresor. Alles klar. Ich wünschte, ich könnte das ganze Spiel in Ego-Perspektive spielen. Ah, das wäre wirklich ein Träumchen. Das wird es für mich noch mal um einiges besser machen sogar. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Überstahl. Nehmen wir mit. Kryospule und Lagerprotokoll. Wer auch immer eine Sansanne-Ladung im Belüftungskanal abgestellt hat. Bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Wenn sich niemand darum gekümmert hätte, hätte das Gelinde gesagt katastrophal enden können. Das gibt es da ja nicht. So. Achso. Das hier war nur Bonus oder was? Okay. Okay. Wieder zurück. Ah, guck mal. Ja, nichts übersehen hier. Okay. Äh. Okay. Also hier geht es ja jetzt nicht weiter. Sondern ich muss jetzt irgendwas irgendwie da rein kommen hätte ich gedacht. Um das natürlich zu öffnen, damit ich weiter kann. Aber. Oder. Ne. Das glaube ich nicht. Okay. Ich gehe nochmal hier durch. Dann war hier drüben. Ups. Vielleicht doch mehr. Als ich gerade gesehen hatte. Als ich gerade gesehen hatte. Ach. Komm, hör auf. What? Das ist ein Fahrstuhl. Okay. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ging der erst jetzt an? What? Hä? Okay. Das war jetzt komplett verwirrend für mich. Warum der jetzt auf einmal... Okay. Interessant. Okay. Okay. Das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Gerade beim ersten Mal. Oh. Wir wollen den Umsatz erhöhen. Das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen. Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, dass dir dein Bonus hier einbringt, oder? Nix. Hol die Beute. Torden macht es einem nicht leicht wegzugehen. Schaff das hier raus. Hat sie auch noch was? Ja. Ja, damit. Woher kam diese Ratte? Ey. Das ist keine Ratte. Das hört doch nicht hin, Nix, wenn die sowas sagt, die Frau. Du bist keine Ratte. Nix. Da. Nix ist der eigentliche Star des Spiels, finde ich. Er schießt es doch einfach. Na, Finger weg von meinem Haustier. Äh. Meinem treuen Kumpel. So. Was ist das da? Mach das Terminal kaputt, Nix. Lass es nicht entwischen. Na gut, Nix. Nein, 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 nein. Ablenkt. Nicht angreifen. Knall doch mal, wer das Vieh hat. Hau ab. Einmal voll in die Nieren gehauen. Perfekt nix. Top. Danke dir. Imperiale Propaganda 3. Ja. Kriegt wacker. Hat er was zum Lesen. So. Okay, nur die beiden. Da ist unsere Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb wird das auch nie passieren. Wir nehmen die Sache ernst. Diese Operation würde nicht so lange laufen, wenn wir nachlässig wären. Haben Sie durchgezählt? Ja, ja, sind alle da. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb wird das auch nie passieren. Wir nehmen die Sache ernst. Diese Operation würde nicht so lange laufen, wenn wir nachlässig wären. Nix. Fass. Sehr gut. Datenblock. Sendungsprotokoll. 40 große Tanks Bacta. Eine Ladung Tibana Gas. Zwei zensierte Sachen. Zwei Ladungen Durilliam. Drei Ladungen Grodium. Zur Lieferung auf den Planeten. Eine Ladung Frick. An G-Toten. Eine Ladung Rydonium. Und fünf große Tanks Bacta nochmal. Haben wir noch voll? Sovianisches Eis. Nice. Was? Unser Schiff? Ist Wacker noch hier unten zu sehen? Also, Datentresor, Datentresor. In der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Naja. Nö. 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 Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte. Sie kommen zurück. So. Nö. 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 Wir, wir, äh. Ich, ich will mit dem Pike Syndikat nichts zu tun haben. Ich freue mich schon auf die Kaserme. Kommt das von uns? In die Tasche nix. Oh, nein. Das gehört mir. Hm? Oh. Oh, oh. War wohl nichts. Was geht da vor? Oh, da hinten ist eine Kamera. Was war das? Oh Gott, Glück gehabt. Ha, ha, ha. Huh. Wir sollen halt auch keinen Alarm auslösen, deswegen. Schalten wir den Alarm ab. Ja, jetzt steht er da hinten bei der Kamera. Das ist natürlich sinnlos, da jetzt hinzurennen. Wir warten mal. Da dreht wieder rum. Was zum. Ja, ja. Guck ruhig mal, was deinem Freund da passiert ist. Los, lenkt sie ab nix. Schnappt es euch. Wo kommst du denn her? Ja, schöne Wucht, wenn die dem durch den Helm bewusst loshauen kann. Das musst du auch erst mal schaffen. So, was machen wir denn mit der Kamera? Mach mal auf, Kumpel. Ach, die bleibt da oder? Ne, die bewegt sich. Okay. Warte, was ist denn das für eine Kamera? Nicht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Geben sie sich besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Was muss man eigentlich zweimal sagen? Ich erinnere mich noch ans letzte Mal, als... Ich weiß es nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Trocken auch nicht. Strahlenbeschleuniger. Ja. Das ist voll. Erreiche den Datentresor, das schaffen wir noch. Da geht es nicht weiter. Oh. Moment, was passiert hier? Kommen die nochmal zurück? Verquetschen die mich, oder? Warte mal noch einen kurzen Moment, aber ich... Nee, glaube nicht. Ach so. Ich muss mitfahren. Alles klar. Also gut, es ist wohl Zeit für mich zu gehen. Da drüben lag nichts mehr. Hup. Okay. Oh, das war knapp. Hm. Transpari Stahl. Und sylbianisches Eisen. Nochmal Transpari Stahl. Diese ganze Galaxis ist voller Abschau. Was war das? Der hat eine Gatling Gun? Ja, gut. Du musst jetzt nicht, aber... DICHT DICHT кожst... Nex, zeig, was du kannst. Scheucht das Vieh hier raus! Aua! Wir kriegen den natürlich gleich mit. Mal kurz warten. Kay beschützen. Achso, da unten, ja. Ich hasse diese Viecher. Nix, da. Verscheucht es. In die Tasche nix. Schafft mir das Ding vom Hals. Formieren wir uns neu. Ja genau, formiert euch neu. Das hier fällt nie. Ach shit. Hat keiner gehört? Alles in Ordnung, alles gut nix. Brauchst ja keinen Kopf zu machen. Glück gehabt. Warte mal. Oh. 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 Oh mein Gott. Das waren zwar nur drei, aber oh. Trotzdem. Oh. 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 So was. Dura Stahl. Oh. Diese Rationen bekommen wir gar nicht gut. Ah. Hört die da eigentlich in Ruhe lassen wollen? Hm. Tja, bleibt der da hocken, oder? Und da hinten ist ein Alarm, oder? Ja, komm. Den sabotieren wir erstmal, aber ich glaube... Nee, jetzt kommt er zurück. Ich gehöre gerne zu den Gewinnern. Oh, oh, shit. Wir sollen ja nur keinen Alarm auslösen. Manchmal muss einfach auch mal geschossen werden. Im Spiel, im echten Leben, bitte nicht nachahmen. Ah. Piep. 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 Heuristischer Prozessor, 4 gleich. Cool. Oh. Ah, shit. Kommt nichts da hin? Hey, Nix. Der Knopf, da drüben. Ah, da drüben. Ja, top. Nix. Besser, Mann. Echt, wirklich, richtig gut. So, tut mir leid. Ich muss immer kurz... Ich bin Anästhesist. Ich lege sie nur kurz schlafen. Danke. Oh, rhodium, regen. Überwachungskameras. Wartungsenergiebarriere. Oh, das sind aber viele. Ach du scheiße, vier. Ah, okay. Zwei waren sogar richtig. Das ist interessant. Mit den beiden gleich an. Okay. Das eine ist richtig. Dann... Eventuell... Das. Das. Und jetzt das. Ah, nice. Okay, eins noch. Ja, keine Ahnung. Kann man irgendwie sehen, was da vielleicht fehlt? Kann ich mir das irgendwie erschließen? Jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Aber ich habe noch einige Optionen. Ach, shit. Scheiße. Okay, jetzt. Ach so, das geht dann einfach weiter. Rechts. Okay, gut. Deaktiviert. Ach so, ich kann gleich beides deaktivieren. Ich dachte immer, ich muss dann beides hacken. Wäre es ja umso besser. Gut, das ging ja nochmal gut. Bezüglich der Intrepid, wie ihm bekannt sein sollte, wird die Intrepid in Bälde anlegen und Admiral Vanir persönlich würde uns mit seiner Anwesenheit beehren. Ihr Befehl lautet, zu Diensten zu sein und die Intrepid so schnell und effektiv wie möglich zu betanken und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf unsere Nebenoperation zu lenken. Nebenoperation. So, so. Oh, das ist aber nett. Polycarbonat-Ventil öffnen, obwohl sie der Wartungsabteilung vom Risiko erzählt haben, beharrt das Team auf L-Sektion 4 darauf, dass die Kraftstoffleisten korrekt justiert sind. Vom übermäßigen Hochdruckdampf beschlagen die Linsen der Sturmtruppler. Diese mangelhaften Arbeitsbedingungen sind unzumutbar für meine Truppen. Da haben wir es doch, warum die ständig daneben schießen. Die haben eigentlich einfach nur ein beschlagenes Visier und sehen gar nichts. Wenn sich niemand darum kümmert, werde ich dieses Problem an den Sektionsvorsteher weiterleiten. Top. Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Warte mal kurz, ich brauche mal ein Foto. Guckt ganz cool aus. Oh, was ist hier los? Die Dinger werden weggeschossen, das möchte ich nochmal sehen. Das sah cool aus. So, jetzt wird das Ding da abgelegt. Das gleitet da rein, okay. Und dann... Puh. Haha. Das ist ja super. So, da haben wir einen. Da hinten stehen zwei rum. Da ist noch einer. Da hinten noch zwei. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach du meine Gott. Da hinten. In dem Eckgebäude. Okay. Oder in dem Eckzimmer. Komm ich da rüber? Ja, hat das Ding hier von alleine weg, oder? Ob dranhangeln kann sie sich da nicht, oder? Hat sie sich da dranhangelt an den TIE Fighter? Na, warte mal. Komm ich hier irgendwo hin? Oh! Oh! Haha. Oh Mensch. Siehst du aus. Ja, okay. Oh. Doch. Datenblock. Teil Wartungsprotokolle. Perfekte Stromleitung. Übergeben an. Ionentriebwerk ausgetauscht. Übergeben an. Von Lor werft. Ionentriebwerk ausgetauscht. Übergeben an. Zensiert. Hier passieren viele zensierte Sachen. Habe ich den Eindruck. So. Ich glaube, wir können einfach... Hier unten vorbeischleichen. Oh oh. Das war's mit Schleichen nix. Oh oh. Nein. Nein. Haha. Der will zum Alarm. Ah. Moment. Ich muss leider ihrem Kollegen hinterher, der Alarm schlagen möchte. Scheiße, wo ist denn der jetzt? Direkt mal sabotieren. Danke. Das nehmen wir mit. So. Ey, sag mal. Hör mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die ja noch irgendwo einen Alarm haben. Das tut doch weh. Ey, wir haben aber noch keinen Alarm ausgelöst. Das weiß im Prinzip, weiß noch niemand, dass wir hier sind. Das finde ich schon mal gut. Komm, fall ins Loch. Fall ins Loch. Geht das? Oh. Nein, nein, nein. Okay. Hier muss nur einer sein. Bleibt in Bewegung. Nein. Wo denn? Ich seh's nicht. Oben. Nein, ich seh's nicht. Wo ist der Alarmauslöser? Ah, fuck. Ach, der da oder was? Den da oben habe ich nicht gesehen. Das wusste ich nicht. Och, nö. Schade. Das hätte sogar fast geklappt. Okay. Das war natürlich dumm. Aber wir hätten es fast geschafft. So, jetzt will ich aber mal wissen. Kann sie sich hier festhalten? Das geht bestimmt nicht, oder? Nein. Okay. Oder so. Huch. Nein. Wir müssen das ist Sperrgebiet. Zeit, sie abzulenken. Nix. Okay, das läuft schon wieder nicht so nach Plan. So, wir probieren jetzt mal, was? Pau. Bats. Gut. Jetzt bewegt sich der da hinten. Hey, schnappt euch das Vieh. Schon wieder wachdienst? Dafür gibt es doch... Du bist ein Feind, das erbezielt. Schon wieder... Ich muss hoch zum... Genau deswegen... Nein, ich komme da nicht hoch. Das war's. Ja, ja, ich war nicht. Ich habe den Alarm gar nicht ausgelöst. Das waren die Sturmtruppler. Wacker. Musst schon mal genau drauf achten, was hier passiert. Och. Ich weiß, ich bin da gerade zu hektisch. Aber ich dachte, ja gut, wir probieren es einfach mal. Okay, also da am TIE Fighter festhalten, geht nicht. Das hatte ich ja gerade mal probieren wollen. Aber hier, dass diese automatischen Aufzüge, das irritiert mich ein bisschen. So. Hey, ich bin es nochmal, nochmal wegen vorn. Entschuldigung. Ach, Mensch. Entschuldigung. 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 Habe ich... Lack hier was rum? Nee, ne? Hier war nichts. So, egal. Gut. Dann leider schaffen wir es dann diese Folge nicht mehr. Ich glaube, das geht auch noch ein bisschen. Dann machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und beim nächsten Mal schaffen wir es auch hier raus. Da bin ich ganz sicher. Also bis dahin. Schönen Tag noch. Und ciao. Ich wünsche euch noch einen Tag.